Mein Anlass war hier vor allem das Networking mit den Firmen in Kontakt zu treten, die auch unter anderem die Millerheimer Methode anwenden und auch den Erfahrungsaustausch. Das war mein Anlass. Meine Erwartungen an heutigen Tag sind vor allem der Erfahrungsaustausch mit den Firmen und Companies, die Millerheimer in Einsatz haben oder auch planen, Millerheimer einzuführen. Meine Erwartungen sind voll erfüllt worden, vor allem hier in dieser Location Allianz Arena hier in München, vor allem im Bereich nicht nur des sportlichen Geistes, dass auch alle Referenten hier sehr interaktiv und auch die Workshops sehr interaktiv durchgeführt worden sind und ich bin mir sicher, dass sehr sehr viele hier viel Nutzen mitnehmen und auch viele Erfahrungen hier mitnehmen können und nach Hause gehen können. Die Herausforderungen sind die Methode an sich oder Millerheimer an sich auf die Straße zu bringen. Die Vertriebler und Vertriebsorganisationen hier dementsprechend davon zu überzeugen, dass es hier ja nicht nur eine Trainingsmaßnahme ist, sondern ein effektives Tool, um hier auch professionell, international tätig zu sein. Ich bin mir sicher, dass Millerheimer auch auf die Kunden hier, auf uns als Kunde zugeht und auch im Bereich Studien, Analysen uns unterstützt, in die richtige Richtung zu gehen, vor allem in den heutigen Aufgaben Digitalisierung und vor allem Sales Enabling hier im Bereich des internationalen Vertriebs. Die Möglichkeit, hier bestimmte Sessions auszuwählen und in Workshops zu gehen, war super, dass wir hier innerhalb von kleineren Gruppen und auch von kleinen Teams hier interaktiv sprechen konnten und auch unsere Erfahrungen austauschen zu können. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier, in kleinen Workshops hier, hier fast, ich glaube, 250 Leute hier in diesem Bereich hier aktiv zu unterstützen und vor allem ich selber persönlich nehme nicht nur den Erfahrungsschatz mit, sondern auch natürlich auch sehr viel Kontakte hier von anderen Firmen, die Millerheimer im Einsatz haben. Bleiben Sie dabei als Millerheimer Organisation, ich finde das Format und auch die Möglichkeit, hier durch kleine Workshops hier interaktiv mit Partnern zu sprechen oder auch mit Kollegen zu sprechen über Millerheimer, über die Methode, war klasse und ich glaube, dass es genau das richtige Format hier dementsprechend eine solche Organisation gibt. Selbstverständlich bin ich bei der nächsten Veranstaltung bei Millerheimer dabei und ich freue mich auch schon auf die nächste Veranstaltung in hohen Kammern.